Hallo zusammen, hier ist wieder Heuchelder und heute bin ich wieder für euch in Battle for Azeroth unterwegs. Und zwar wollte ich euch heute wieder so einen kleinen Achievement Guide präsentieren. Heute geht es nämlich um den Erfolg Obelisken, GmbH und Co. KG. Und für diesen müssen wir Raden bezwingen, nachdem wir insgesamt zwei Obelisken mit instabiler Leere zerstört haben. Was müssen wir hier genau machen? Und zwar, wir haben zwei Obelisken, einmal auf der linken und einmal auf der rechten Seite vom Boss. Und hier ist es so, dass wir die Vita Orb als erstes umhauen, also quasi die Schattenphase kriegen. Und jetzt spawnen diese Pule, wie ihr hier hinten seht. Und diese Pule drehen wir einfach so hin, dass sie zu diesen Obelisken fliegen. Und ja, sobald ein Obelisk zerstört ist, können wir den Boss dann auf die andere Seite ziehen. Und dementsprechend hier hinten seht ihr es, da fliegt gerade das Ding rein, zack, Obelisk ist zerstört und fertig ist es. Also diese Schattenpule, die spawnen, die muss sich immer ein Spieler reinstellen. Und die Blickrichtung, in die er guckt, fliegt quasi dieser Schattenpool. Hier seht ihr es nochmal, zack, und da fliegt der Schattenpool dann weiter, beziehungsweise hier, das war der letzte Stack. Sie haben immer nur ein paar Aufladungen und fliegen halt nur fünf, sechs Mal oder so, ich weiß jetzt nicht hundertprozentig, fliegen sie quasi immer nur in die Blickrichtung. Und jetzt ziehen wir den Boss auf die andere Seite, jetzt müssen wir blöderweise das Schatten-Ad machen, weil man es immer abwechselnd am besten macht, sonst hat der Boss zu viele Buffs drauf, tatsächlich. Und ja, jetzt müssen wir einmal quasi die Vita-Phase spielen und danach spielen wir wieder die Schattenphase. In der Schattenphase spawnen quasi dann immer die Pule. Heißt, immer das etwas, was ihr tötet, die gegengesetzte Phase ist nämlich dann, es ist nämlich immer so, da ja dann das Schatten erzeugt, wenn wir das Vita-Ad töten, geht dann die Schattenphase los und dann haben wir diese Pule. Und sobald ihr beide zerstört habt, also links und rechts, könnt ihr einfach ganz normal den Boss runterspielen und töten. Mehr ist es tatsächlich nicht. Das ist eine der leichtesten Erfolge. Ihr müsst halt bloß ein bisschen schauen, dass ihr möglichst den Boss in eine Richtung zieht und dass ihr dann nach Möglichkeit mit den Leuten halt euch so ausrichtet, dass ja die Fläche auf dem Basilisken drauf fällt. Wenn ihr es bei einer Phase mal nicht hinkriegt, ist kein Problem, macht dann Damage-Stop und haut dann dementsprechend ihn, ja, wieder in die Schattenphase und versucht es dann einfach nochmal. Also das ist tatsächlich gar kein Stress. Gut, das war es tatsächlich mit dem Achievement-Guide. Ich hoffe, dem einen oder anderen konnte ich ein bisschen weiterhelfen. Sollte das der Fall sein, würde es mich freuen, wenn ihr mich positiv bewertet. Und wenn ihr mehr solche Videos sehen wollt, könnt ihr mich selbstverständlich sehr gerne abonnieren. Euer Cella, bis zum nächsten Mal. Ciao.